nach ca 25 minuten fahrt sind wir jetzt hier in den hier muss man eintritt bezahlen es waren jetzt 20 liter für uns drei ich vermute dass der kleine umsonst ist also 10 liter pro person und kinder bis x jahren acht neun zehn angaben ohne gewehr jetzt schauen wir mal wie es hier so ist hier sind halt so ein paar touristenstände da kann man eis holen draußen kriegt man noch sehr günstig was zu essen direkt um die ecke also bevor man hier reinkommt kann man hier einmal links und da hinten sind dann so lehnach ich meine gösle und schicht und so was relativ wenig geld oder für sehr wenig geld keine abzockenpreise wasser auch für zwei liter durch dem thema trinkwasser hier hinten also am eingang gleich links gibt es wasserhähne wo man sich trinkwasser abzapfen kann also am besten mit leeren flaschen herkommen kleiner tipp experten touristen tipp man kann jetzt über die brücke wo das sind treppen das ist ja nun mal aber der ninja warrior machen sehr schön oder man hat einfach das passende schuhwerk an kann ins wasser macht jetzt toll kann das nicht naja aber schön schauen wir mal was da hinten geht man muss ja so ein bisschen gucken wo man hingeht also ich habe jetzt gar keine ahnung wo wir schon waren wo wir noch hin müssen hallo hallo na na wie geht's gut ja das freut mich zack drüber gesprungen sehr gut sehr gut der reisende fluss schön ist es schön ist es finde ich lau und schön da kann man ein mini rafting machen wiii 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 war so ein kleines Fischlein hat Power entwickelt sich da kann man ein bisschen fahrt so ein bisschen es wird sich da rein so ein bisschen auch rein und dann ist es Egal, ob es in so einer geschlossenen Anlage ist oder in öffentlichen Parks, an Sitzgelegenheiten mangelt es meistens nicht. Und da kann sich Deutschland auch eine Scheibe von abschneiden. Ständig muss man gucken, dass man eine freie Bank kriegt im Park oder sonst irgendwas. Hier aber alles super. Überall Platz. Egal, wie viel los ist. Und es ist echt viel los hier. Hier sind viele Leute unterwegs. Das wollte ich nur mal anmerken. Finde ich richtig gut hier. Es wird echt ein bisschen kalt hier. Aber es ist so schön. Ich glaube, es ist voll. Na, guck mal. So, nach vorne ist, dann gibt es eine Höhle. Kopf einziehen. Schau mal, das ist so ein Zwockel hier. Ich bin auch nicht der größte, aber für Leute über 1,80 m würde ich einen Helm empfehlen. Das ist mehr ein Felsvorsprung, unter dem man durchlaufen kann, als eine Höhle. Wir gehen hoch und dann wieder runter. So ist witzig. Wir sind mal oben, ein paar Meter. Ah, da geht weiter. Ja, Fiat. Regen. Da ist der Regen. Oh, da komme ich aber nicht mit Schuhen durch. Ja, da hört es auch schon auf, oder? Komm, Injas. Komm, wir gehen hoch. Schnell Weg. Wir sind wieder hoch gekommen. Ich zeige euch gleich, wo wir herkommen. Aber, eins war ab. Wir waren hinter dem Wasserfall. Da ist keine versteckte Superheldenhöhle. Ja, wir sind sehr enttäuscht. Wir sind sehr enttäuscht. Da unten sind wir lang gelaufen. Und dann da in die Höhle rein. Und irgendwie quer da durch, unter dem Wasserfall durch, oder? Und dann die Wendeltreppe wieder hoch. War ganz cool, oder? War so kalt. Und direkt wieder so heiß hier oben. Ich war da hinten. Na, was war das? Da ist diese Mauer. Dann geh hin. Kannst du nicht hin? Ja, komm, wir gehen zusammen. Eine antike, Olivenöl-Herstellung-Ecke. Wir haben die anscheinend früher irgendwie mit irgendwas Olivenöl hergestellt. Kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, wie das Ganze ausgesehen hat. Aber es steht auf einem Schild und dann ist es wahr. Ganz einfach. Ein Alles, wir hatten die, ne laufen immer noch. Nichts? Wir hatten die riese klasse, wir kommen glas Masano. Wir haben die nachdem Bombe linger normales Rediktorv. Das ist nicht so gut. Ah Ne-Aja, Aja ... Eine typische Antalya Telefonzelle Nein... keine typische Das ist witzig, ich frage mich wie das Telefon klingelt wenn man mal da anruft Bis zum nächsten Mal.